und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft ja ich werde mich nie an dieses Bett gewöhnen wir müssen hier raus wir müssen ganz schnell raus und wir waren ja ganz schön dabei das letzte Mal hier so zu machen bei Minecraft halt ne haben wir auf jeden Fall angefangen mit dem Lager und wir könnten uns wenn wir jetzt Holz hätten theoretisch was wir ja nicht haben weil wir kein Holz haben ist ja ganz da außer Eichenholz Treppen die uns nichts bringen wir haben echt kein Holz was ist dann da los doch wir haben noch Birkenholz Birkenholz haben wir noch zwei Werkbänke und noch ein Öfen wir haben eigentlich schon einiges haben wir einiges haben wir so oh es war ein bisschen viel aber ist egal ich würde sagen wir machen uns mal Kisten so haben wir jetzt auch gar nicht mehr weiter ne ne und der Zaubertusch der bleibt da nicht stehen keine Sorge Kisten noch mehr Kisten ab so und zwar gar nicht mal so viel Holz wird mal zehn Kisten zehn Kisten haben wir hier bei dieser wunderschönen Surfer Mucke und dann kann man hier die schon mal platzieren okay das war es schon ja stimmt nach oben kommt ja die Decke rein wo wir auch wieder kein Holz haben ja nix nix haben wir nix aber könnten hier schon mal ich weiß ganz genau dass das hier unsere Erdkiste wird zack dann kommt da nämlich Erde rein dann können wir jetzt mal die Erde schon mal umstapeln dann haben wir vielleicht in den Kisten nehmen wir ein bisschen mehr Platz ich denke äh das ganze werde ich dann offscreen auch ein bisschen mehr sortieren so dass dann auch mehr Zeit ist weil wir wollen ja uns machen ja hier ein Let's Play Minecraft und kein Let's Sortier fucking Kisten was steht da wie gesagt wenn die Kiste voll ist dann holen wir alles weg schmeißen wir einfach hier über die Klippe ich gehe mal davon aus dass es jetzt eine Weile reichen wird bis die Kiste voll ist so und da oben und dann haben wir es so und dann kommt hier der ganze Kram Kram der Kram der kommt in da rein und dann haben wir das schon mal dann haben wir das dann müssen wir die Kisten muss bei Gelingenheit mal beschriften müssen wir mal schauen ob er denn ja müssen wir mal schauen aber die Sonne geht unter das ist nicht wunderschön einfach mal hier stehen und die Sonne den Sonnenuntergang genießen so beautiful so reicht wunderschön äh was soll ich machen genau ich wollte Holzhack ach Quatsch ich wollte Pengen ich Idiot deswegen habe ich doch da gewartet so ich wollte Pengen damit wir ein bisschen Licht haben dann wollte ich Holzhacken gehen und dann wollte ich eigentlich äh mal gucken ob keiner guckt es wird heute auch nur eine wow etwas kürzere Aufnahme da wir uns ja bei Folge 99 befinden und ich wollte die Setzlänge mitnehmen verdammt und da ist schon wieder ein Baum der irgendwie nicht ganz weg ist warum und jetzt habe ich die Erde nicht mitgenommen verdammt hm nein komm wir nehmen uns jetzt einen anderen Baum vor ist alles halb so wild so hacken wir hier das Holz weg so und dann nehmen wir den Baum hier weg oh Gott ey die Setzlinge wir müssen die echt mal wieder irgendwann demnächst bald hinsetzen genau das wird das Folgen das wird das Special bei Folge 100 gesetzt die Setzlinge wieder hin so wird bestimmt super spannend und super lustig und äh die Welt da total begeistert von sein haha total haha ich habe mir bis jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich einen Plan darum gemacht hab sie mir durch den Kopf gehen lassen was kann man machen bei Folge 100 und äh und äh ich bin absolut ratlos finde ich eigentlich nicht so geil weil ich dachte wenn ich ja gut machst du mal was schönes wow zum Beispiel ruckeln so wie Minecraft Wichser aber gut kein Problem kriegen wir alles hin irgendwie wie was lasst mich hier durch hier ist noch ein Baum hier ist kein Baum hier ist kein Baum wir brauchen schon einiges an Holz jetzt eigentlich ne also jetzt die ganze Zeit schon da drüben so einen Apfel den nehmen wir natürlich auch mit dann guckst du nur so böse hallo guck net jetzt muss ich dich hier runter schuppen hui so vor allem brauchen wir jetzt so viel von dem Fichtenholz nein wo ist denn jetzt der Baum schon gelandet ach da ja haben wir dann schnappen wir uns den Baum hier auch noch dann reicht das erstmal erstmal wieder so viel Holz brauchen wir denn also ja wir brauchen Massen massen massig Holz aber halt naja mal schauen auch guck mal wir können schon wieder hier ab grasen obwohl die Wachstum glaube ich 4 hoch soweit ich weiß oh unser Weizenfeld ist auch fertig Huni so da haben wir noch was Huni was geht my friend ein bisschen verschnuppt bin ich immer noch merke ich gerade das kommt auch nur wenn ich aufnehme ansonsten geht es mir eigentlich wieder gut oh der war falsch Samen und irgendwann haben wir dieses Feld auch voll wie gesagt alles immer nur provisorisch das wird dann alles wieder abgerissen bei Gelegenheit gut die Samen haben wir denn hier so so ein Boden aus 2 mal eben 4 so dann haben wir das und äh wie viel Holz haben wir denn jetzt 31 Fichternholz naja ist jetzt nicht so die Welt aber es reicht zumindest um hier oben so mal ein bisschen die Decke anzudeuten hallo nein nein wieso nicht so und dann kommt er hier wir haben noch genau ein Erde haben wir die kommt da hin und dann kommt hier nämlich wieder die Baumstämme ran so genauso wie hier ja da braucht man dann wieder Erde komm wir setzen jetzt einen Pflasterstein hin ist mir jetzt auch egal haben wir nicht so viel Erde wir müssen sparen haha Gott so und so und den Rest können wir denn hier so nicht einen Rest können wir denn hier so verbrezeln so 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 nicht äh ah hier wir haben hier noch einen Stack das freut mein Herz das erfreut mein Herz so so da haben wir hier schon mal eigentlich ordentlich Deckel gesetzt und oben müssten wir das ganze ja auch noch machen da haben wir ja glaube ich auch noch Mann da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns aber ich dachte wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Keller und äh willkommen zurück äh ich musste leider kurzzeitig die Aufnahmen unterbrechen ich hoffe dass das ganze jetzt ein bisschen ruhiger verläuft äh das letzte Mal waren wir dabei die Decke zu verlegen bis uns mal wieder wie immer das Holz ausgegangen ist aber wir schleppen noch ein bisschen Eichenholz mit uns rum das könnten wir oben ähm ne können wir gar nicht setzen glaube ich war ja jetzt nichts weiter wir checken einfach mal die Lage und ich bin ja fast der Meinung dass dieser Gang hier vorne noch ein bisschen zu klein ist aber gut da kann man sich ja später immer noch drum kümmern nur nicht jetzt soo dann kann man nämlich äh hier achso ja da hatte ich ja dann was anderes vor boah ich wollte tatsächlich runterfallen soo genau hier war das so und dann kam hier Stein hin genauso wie hier hier ja Hammer ich bin runtergefallen näher oben kamen ja keine Steine rein da kommen ja die Treppen und Treppen haben wir nicht Hammer haben wir nicht aber gut ist mir so schlimm ihr wisst ja wie das ist alles halb so wild dann kann ich mir eigentlich hätte ich mir da drüben das ganze auch klemmen können so das heißt wir können hier alles wieder rausweisen bis auf hier genau ja und hier haben wir es ja noch nicht gesetzt da kommt dann hier vielleicht nicht unbedingt so hier kommt dann wieder das Holz hin so machen wir erstmal so ein bisschen sparsamer umgehen mit dem ganzen Crumble man ich hab noch mal so einen kleinen Frosch im Hals der ist mir jetzt aber nicht äh der ist grad nicht willkommen na komm soo und dann dann haben wir das hier und dann kommt das ganze hier auch nochmal hin zwei hoch nicht drei hoch weil dann dort die Treppen wieder hinkommen so ja hier kommt dann nichts hin und das ist ja jetzt gerade Folge 99 immer noch die wir hier gerade aufnehmen oder ich hier aufnehme für euch mit euch zusammen äh ich hab immer noch keinen Plan was ich bei Folge 100 machen soll äh mal gucken vielleicht wird es auch nur eine reguläre Folge und ich mach dann irgendwann einfach mal so zwischendurch ein Special meine 100 Folgen Minecraft Schauen wir mal so viel Holz haben wir jetzt hier nicht 16 Stück werden wohl nicht reichen und so können hier wieder Steine hin dort drüben kommen dann Treppen hin so und hier wieder Steine genau genau und dann können wir hier nochmal so ein bisschen Steine hinsetzen um die Erde zu verdecken und auch der äußeren Fassade einen etwas ansehnlicheren Anstrich zu verpassen so so hier dasselbe auch so 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 meine ich genau so hier ist dann so alles klar nochmal hier sind schon Treppen alles klar und dann gehen wir mal hier war die Werkbank da und da und da haben wir hier noch Steine wir haben hier noch Treppen Mensch ist ja der Wahnsinn wir haben noch ein paar Treppen mal schauen ob die reichen so nein so nicht so und so und so und so dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar mehr dann müssten wir mal abwägen ob das dann vielleicht jetzt ein bisschen besser ist so dann wenn wir hier rum und dann hier wäre dann sozusagen der Eingang das wisst ihr ja habe ich ja schon ein paar mal erklärt aber das kommt dann alles noch so 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 ist das eine Clique hier Treppe Treppe nein so da ist die Ecke so geht das Ganze ein bisschen schneller